Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hellesummer Video. Es freut mich so sehr, dass die Videos so gut bei euch ankommen. Und deswegen mache ich jetzt spontan ein kleines. Ich habe euch was bestellt. Und zwar habe ich bestellt im Shop von Maria-Christin Gerstenberg. Die ist eine meiner liebsten Kinderbuchautorinnen. Wir haben drei ihrer Kinderbücher auch zu Hause. Und zu meiner Bestellung gab es auch noch ganz viele tolle andere Sachen dazu. Und ich glaube, die machen alle ein paar ganz coole Geräusche. Wir starten mal mit dem, was es noch so dazu gab. Und zwar gab es dieses Karten-Set. Und das ist alles so ein bisschen Corona-Lockdown-mäßig inspiriert. Maria ist halt nicht nur Kinderbuchautorin, sondern sie illustriert ihre Bücher auch selbst und designt dazu auch noch eigene Produkte, die ihr gleich sehen werdet. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel die Karte. Oh Papa, ja. Oh Mama. Mama, nass. Wenn der ganze Mist hier vorbei ist, feiern wir alle zusammen eine mega tolle Kuschelparty. Da gehört die hier noch dazu. Papa, ja. Weil du der Beste bist, Papa. Und die hier. Mama, nass. Weil du die Beste bist, Mama. 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 Dann habe ich dazu bekommen so einen Notizblock. Merke ich mir. Da kann ich doch tatsächlich immer gut gebrauen. Und so ein Karabiner. so ein Karabiner. Genau. Ich wollte mir tatsächlich sowieso ein bestellen. Ist eigentlich ganz cool. Und jetzt zeige ich euch, was ich bestellt habe. So habe ich mein Karten-Set bestellt. Und das habe ich gleich zweimal bestellt. Weil ich das einmal verschenken möchte und einmal für mich haben wollte. Das heißt, ich habe das also doppelt. Und die sehen so aus. Ich finde die so wunderschön. Und ich hätte die auch, Maria, wenn du das siehst, ich hätte die so gerne auch als großes Booster. Keep calm and ist mir egal. Das würde ich mir ins Schlafzimmer hängen. Und das ist das andere. Keep calm and Halsmaul. Ich finde die so geil. Genau. Und ich möchte nämlich, die kennt ihr bestimmt, diese großen Rahmen. Und dann sind da so online gespannt. Und dann kann man da Sachen anklipsern. Und sowas möchte ich haben. Und da sollen die ein Teil davon werden. Macht das Geräusch. Ich glaube ja. So. Genau. Ich habe mir das Karten-Set bestellt. Und dann habe ich halt noch ein Geschenk-Set bestellt. Und dieses Geschenk-Set besteht aus dieser Postkarte hier. Du wartest auf ein Zeichen, das sagt, alles wird gut. Das hier ist es. Das finde ich in Corona-Zeiten gerade so eine schöne Idee und so eine schöne Message. Also es war diese Postkarte enthalten. Der passende Sticker dazu. Und dieser A5-Druck. Genau. Und zusätzlich und ich finde, das ist der Highlight, das Highlight, deswegen wollte ich dieses Set unbedingt, ist folgendes. Achtung, ich könnte laut werden. auch Ich bin aber auch fröhlich, der Alles wird gut. Du wartest auf ein Zeichen, das sagt, alles wird gut. Das hier ist es. Ich finde es so, 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 so schön. So für sich. Um einfach wieder gute Laune zu kriegen. Aber auch als Geschenk finde ich das so schön, das Set. Und weil mir das so gut gefallen hat, habe ich die Postkarte auch noch mal einzeln mit dazu bestellt. Ich schreibe nämlich mittlerweile super gerne Briefe und Postkarten an meine Freunde. Und die kriegen dann solche. Ich fahre durch den Shop von Maria. MariaKerstenberg.de unten in die Infobox setzen. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern und vielleicht auch, ich finde das Set so schön, das Set mitbestellen. Ich habe früher auch immer oft bei Maria bestellt, damals auch noch ihre T-Shirts und ich hatte auch mal so eine Anti-Valentinstags-Tasse. Auch so fand ich auch mega geil. Ich hoffe, dass euch dieses ASMR-Video wieder gefallen hat. Schreibt doch gerne mal ASMR-Video-Wünsche in die Kommentare. Ich habe noch ein paar Role-Plays im Kopf. Ich wollte mal so ein Mama-Coaching-Role-Play auf jeden Fall gerne machen und ein Role-Play, wo ich euch ins Band bringe. Aber vielleicht wollt ihr auch mal, dass ich euch was vorlese in ASMR oder oder oder. Und wenn ihr reguläre Video-Wünsche habt, schreibt das doch auch einfach gerne mit in die Kommentare. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.